Liebe Mareike, ich sitze jetzt hier nur für dich auf dieser Couch, weil ich dich gerne als Mitglied werben möchte. Wir haben so viel Wahlkampf zusammen gemacht und wir haben auch schon einige LDKs zusammen durchgeführt. Du weißt, wie der Laden läuft, du kennst die Mitglieder, du weißt, was wir für tolle Sachen machen. Ich brauche gar nicht mehr große Argumente weiter liefern. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch weiterhin immer sehen. Vielleicht bist du irgendwann mal als Delegierte und dann sitze ich hinter der Delegiertenausgabe und du kommst dir deine Stimmkarte und alles abholen. Das finde ich total klasse. Also überleg es dir doch mal und werd Mitglied.